Herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung im Homeoffice in diesem etwas anderen Semester im Sommer 2020. Warum immer in der Bude hocken, habe ich mir gedacht, wenn so etwas schönes, auch wenn es jetzt etwas vertrocknet aussieht, direkt vor meiner Tür liegt. Und vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit oder Gelegenheit, das Ganze dann auch draußen letzten Endes zu lernen. Heute soll es gehen um das Thema Klimawandel, Energiewende, nachhaltiges Bauen. Das ist auch so das erste Kapitel in Ihrem Arbeitsheft. Und in diesem Video möchte ich Ihnen so sozusagen den großen Rahmen aufspannen. Wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Klimawandel. Ich möchte Ihnen einige aktuelle Studien und Forschungsberichte dazu kurz vorstellen und klar machen, warum Gebäude, warum das Bauwesen eine so wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, CO2-Emissionen zu minimieren. Auf dieser Seite können Sie nachlesen, wie sozusagen die Geschichte ist des Klimawandels bzw. der Beschäftigung mit diesen Themen. Sie finden einige Erklärungen dazu und auch Ausschnitte letzten Endes aus dem letzten Weltklimabericht. Sie finden zum Beispiel diese Prognose Klimamodellrechnungen zur Entwicklung der globalen Oberflächentemperatur, je nachdem mit welchem Szenario ich mich da beschäftige. Ziel war es ja, dieser Weltklimaberichte politische Entscheidungen vorzubereiten. So konnten wir auf der Pariser Weltklimakonferenz am 11. Dezember sehen, dass schon einige Staaten, alle, fast alle Staaten, ein Abkommen geschlossen haben, um eine kritische oder zu große Erwärmung des Weltklimas möglichst zu verhindern. In diesem Bericht, Sie finden auch den Link in Ihrem Arbeitsheft, waren jetzt verschiedene Modellrechnungen drin und das, was Sie hier sehen, ist quasi die Bandbreite dessen, was auf uns zukommen könnte, wenn wir uns sozusagen gar nicht mit dem Thema beschäftigen und die CO2-Emissionen so weiter voranschreiten, wie wir sie beobachten können oder was im besten Fall passiert. Das heißt, wir sehen bis zu diesem Stichtag 2005 die gemessenen Temperaturen und die prognostizierte Weiterentwicklung dieser Temperaturen. Jetzt ist das natürlich nicht die letzte Berechnung gewesen. Es gab dann eine Zusammenfassung des Weltklimarates, IPCC, die sich im Nachgang nochmal mit dem Thema, wie viel Grad Celsius sollten wir denn anstreben, beschäftigt hat. Und man hat festgestellt, dass eine Verhinderung der globalen Erwärmung um 3 Grad Celsius viel zu locker ist, dass also ganz viele Kipppunkte überschritten werden und dass man tunlichst anstreben sollte, die globale Erwärmung um 1,5 Grad als obere Grenze anzustreben. Und in diesem Bericht, in dieser Zusammenfassung, das Neue daran und das finde ich auch sehr passend dazu, ist, dass diese Bewertung der Konsequenzen, also wie stark letzten Endes das Weltklima voranschreitet, dass man das abhängig gemacht hat, nicht in sozusagen entweder-oder-Aussagen und das passiert sicher und das passiert sicher nicht, sondern dass man hier mit einem sogenannten Vertrauensbereich gearbeitet hat, also mit Wahrscheinlichkeiten. Und das ist wichtig vorweg zu wissen, wenn wir uns gleich die Ergebnisse anschauen, dass unterschieden wurde in fünf Wahrscheinlichkeitsbereiche. Es gibt den Bereich, der praktisch sicher zutreffen wird, wenn ich über Ereignisse spreche, da rechne ich dann mit einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Es gibt den Bereich, der als sehr wahrscheinlich definiert wird, das ist eine Wahrscheinlichkeit zwischen 90 und 100%. Dann gibt es den Bereich Wahrscheinlich zutreffend, der beginnt ab zwei Drittel, also 66%. Dann gibt es so den unentschiedenen Bereich, ebenso wahrscheinlich wie nicht. Der liegt quasi um die 50% herum, also eine Wahrscheinlichkeit 1 zu 1. Jetzt bitte nicht auf die mathematische, exakte Ausdrucksweise achten. Und es gibt den Bereich unwahrscheinlich bis Wahrscheinlichkeit 33% und den Bereich sehr unwahrscheinlich unterhalb von 10% Wahrscheinlichkeit. Besonders unwahrscheinlich ist dann sozusagen das Pendant zu praktisch sicher, also das unterste Prozent. Und das ist eine neuere Aussagetiefe, würde ich mal sagen, dass in dieser Studie des Weltklimarates, das ist eine sogenannte Metastudie, das heißt man hat sich ganz viele verschiedene andere Studien angeschaut, die sich mit den Auswirkungen beschäftigten, nicht zu absoluten Aussagen übergegangen ist. Das ist immer schwer sozusagen, beziehungsweise auch praktisch unmöglich, sondern hat sich mit diesen Wahrscheinlichkeiten beschäftigt. Und um Ihnen einige wenige Abbildungen daraus mal zu zeigen, wie gesagt, die komplette Studie finden Sie auch im Internet, sehen Sie hier sozusagen, sehen Sie hier die Auswertung oder die Modellrechnung der Entwicklung der globalen Temperaturänderung als Fortschreibung des Weltklimaberichts. Natürlich ein wesentlich späteres Stichdatum, 2017 jetzt hier an der Stelle. Man sieht im Prinzip die Entwicklung der gemessenen Temperatur und den erstmal fortgeschriebenen Fall für einen unveränderten Lebensstandard. Und man sieht jetzt hier drei Wahrscheinlichkeitsbereiche. Wenn wir jetzt mal mit diesem lila Bereich anfangen, da geht es dann darum, was passiert, wenn ich die Netto-CO2-Emissionen nicht oder kaum zurückfahre, wo werden wir dann landen. Und angegeben ist das Ganze in einem Wahrscheinlichkeitsbereich und hier in diesem Fett dargelegten Bereich, sprich die Studie dann von einer Wahrscheinlichkeit oder geringen Wahrscheinlichkeit, ist jetzt hier genannt, geringe Wahrscheinlichkeit, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es geht also um die Wahrscheinlichkeit der Begrenzung auf 1,5 Grad Celsius. Das ist diese Linie hier. Und da befinde ich mich in diesem Sowohl-als-auch-Bereich. Dann gibt es den etwas besseren Bereich. Das ist dieser graue Bereich. Die globale CO2-Emissionen erreichen 2055 netto 0. Das heißt, ich emitiere so viel, wie ich aufnehmen kann. Und der sogenannte Netto-Nicht-CO2-Strahlungsantrieb geht nach 2030 wiederum zurück. Also es findet eine Erholung statt. Das heißt, wir sehen, ja, 2055, hier ist 2040, hier wäre 50, 55 wäre dann hier in etwa, erreicht das sozusagen sein Maximum und kann dann auch wieder zurückgefahren werden. Und wir sehen diesen Bereich hier. Das ist ein wahrscheinlicher Bereich. Also mit der Wahrscheinlichkeit bis zu 66 Prozent erreiche ich dann eine globale Temperatur von, globale Temperaturerwärmung von 1,5 Grad. Das heißt aber nicht, dass das sicher zutrifft, sondern nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent, bestenfalls, erreiche ich das dann hier an dieser Stelle. Das heißt, es gibt auch Szenarien, Unwägbarkeiten, dass es dann trotzdem zu einer höheren oder stärkeren Erwärmung des Weltklimas führt. Und jetzt geht es eigentlich nur noch um die Frage, kann ich diese Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich unterhalb von 1,5 Grad Celsius bleibe? Und das wäre dann hier diese türkise Variante mit entsprechend dieser Wahrscheinlichkeit. Und da sieht man, dass ich mit diesem wahrscheinlichen Bereich und auch mit der höheren Wahrscheinlichkeit unterhalb von 1,5 Grad Celsius bleiben könnte. Dann muss ich aber größere Anstrengungen unternehmen, als im Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde. Gucken wir uns noch eine andere Abbildung an. Da geht es jetzt um die Auswirkungen einer Erwärmung. Und da muss man zunächst mal die Skala hier erläutern. Es gibt also verschiedene Temperatursprünge oder Erwärmungsbereiche. Hier sehen wir wieder die 1,5 Grad Celsius. Da wären 2 Grad Celsius. Und je nachdem, welche Farbe jetzt an der jeweiligen Stelle ist, spricht diese Studie davon von einer moderaten, hohen oder sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ein sehr hohes Risiko, ein hohes Risiko. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal das für hoch rauspicke, Rot zeigt schwerwiegende und weitverbreitete Risiken beziehungsweise Folgen an. Und wir gucken uns das jetzt am Beispiel der Extremwetterereignisse an. Wir hatten letztes Jahr einen Tornado ganz hier in der Nähe, in Rötchen. Oder auch Starkwetterereignisse. Trockenheit, Dürren hatten wir die vergangenen Jahre. Also es geht um diese Extremwetterereignisse. Und wir gucken uns das mal an für die angestrebte Klimaerwärmung von 1,5 Grad Celsius. Dann sehen wir, wir liegen in diesem roten Bereich. Wir liegen also irgendwo zwischen moderat und hoch. Das heißt, selbst bei einer Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad Celsius lande ich in einer Veränderung des Klimas. In einem moderat bis hohen Risiko. Wenn ich das jetzt auf 2 Grad Celsius noch hochschraube, dann lande ich mit Sicherheit oder mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit in diesem roten Bereich, in einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich habe schwerwiegende, weitreichende Folgen und Konsequenzen zu tragen. Und natürlich, je höher diese Klimaerwärmung, je größer diese Klimaerwärmung sein wird, umso wahrscheinlicher wird die Zunahme von Extremwetterereignissen. Schauen wir uns noch mal andere Auswirkungen an. Das ist hier unten alles ablesbar. Gucken wir uns zum Beispiel mal die hitzebedingte Erkrankungsrate global an und die Sterblichkeitsrate. Da sehen wir, das hat, liege ich so in diesem orange-gelben Bereich, also einen moderaten Einfluss. Das wird also gar nicht so weit großen Einfluss nehmen. Wir sehen auch hier im Übrigen diesen grauen Bereich. Das heißt, wir haben jetzt ja schon eine Klimaerwärmung von einem Grad Celsius zu verzeichnen. Das heißt, uns bleibt ja gar nicht mehr viel Luft. Und so kann man an dieser Abbildung sehr schön sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Klimaveränderung oder welche Umweltveränderung eintreten wird. Welche Auswirkungen hat das jetzt zum Beispiel auf die jährliche mittlere Tagestemperatur in Deutschland? Das hat der Deutsche Wetterdienst in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt getan. Das können Sie auch da im Internet entsprechend nachverfolgen. Sie sehen also hier in grün die entsprechenden Tagesmitteltemperaturen von 1881 bis 2018. 2018, muss man dazu sagen, war das wärmste jemals gemessene Jahr in Deutschland im Mittel. Und naja, ich kann mathematisch da natürlich mal hingehen und einen Trend reinlegen, einen linearen Trend und feststellen, gegenüber dem Mittelwert von 1961 bis 1990, also in dem Bereich hier, Ich sehe einen linearen Temperaturanstieg und ich sehe auch vor allem in den Jahren, in den letzten 20 Jahren eigentlich einen sehr deutlichen Trend. Also man kann darüber streiten, ob jetzt in dem vorderen Bereich tatsächlich so ein linearer Trend erkennbar ist oder ob das normale Wetterschwankungen sind. Aber ich denke, dass es relativ deutlich wird, dass ich hier mit einem Trend zu tun habe. Weitere Informationen finden Sie jetzt auch in Ihrem Arbeitsheft. Da geht es dann auch um das kleinteiligere Klima in Deutschland. Zum Beispiel für Rheinland-Pfalz ist es dort abgedruckt und man sieht eigentlich überall diesen linearen Trend. Jetzt gab es zahlreiche oder ein Argument der Kritiker ist, naja, diese Studien, diese Modellrechnungen, stimmen die denn? Das ist ja sehr komplex. Wetter ist komplex, Klima ist komplex. Steckt denn da alles drin? Darf ich denn überhaupt so weitreichende Vereinbarungen wie das Pariser Klimaabkommen auf so einer wackeligen Basis letzten Endes treffen? Und da hat man sich dann auch letztes Jahr mit beschäftigt. Sie sehen also die einige Bilder aus einer Studie und den Volltext der Studie können Sie über die Bibliothek unserer Hochschule kostenfrei beziehen. Veröffentlicht wurde das Ganze dann im Dezember 2019. Und man hat quasi alte Modellrechnungen, die bis in die 70er Jahre zurückreichen, aber auch aktuellere Modellrechnungen des IPCC. dahingehend untersucht, ob die Prognosen aus den 1970er Jahren zum Beispiel denn auch so zutrafen. Man hat also tatsächlich die Prognosewerte verglichen mit tatsächlich gemessenen Klimawerten, der Temperatur, dem CO2-Gehalt, als um zwei Beispiele zu nennen. Und konnte dann tatsächlich feststellen, hier sehen Sie jetzt eine Grafik daraus, das ist jetzt die Gegenüberstellung jeweils der gemessenen oder messbaren Werte, zum Beispiel die Temperatur, Veränderung über die Zeit, also Grad Celsius über ein Jahrzehnt. Oder hier zum Beispiel auch der CO2-Gehalt und hat diese Beobachtungen in blau verglichen mit Modellrechnungen. Und das für die hier unten dargestellten Studien. Das heißt, wir haben links angefangen, eine Studie aus den 1970er Jahren, die eine Prognose gewagt hat bis zum Jahr 2000. Da kann ich natürlich die Messdaten wunderbar vergleichen. Und man sieht jetzt zum Beispiel bei der Studie, dass die Modellrechnung von einer etwas höheren Temperatursteigerung ausging, als der Mittelwert der beobachteten Temperaturen. Aber ich liege immer noch in dem Wahrscheinlichkeitsbereich von 95 Prozent bis 5 Prozent. Und da sieht man, ja, kann man das vergleichen. Hier gibt es einen Ausreißer. In der Studie hier, da lag die prognostizierte Temperaturveränderung weit niedriger. Man kann sich das im Einzelnen gerne angucken. Und rechts, wie gesagt, gibt es die IPCC-Modellrechnungen. Hier gibt es auch schon eine frühe IPCC-Berechnung, 1990 begonnen, 1995, 2001. Das ist die aktuelle Modellrechnung, die ich Ihnen gezeigt habe. Und man sieht also auch bei den neuen Modellrechnungen, leider muss man sagen, den gegenteiligen Trend, dass das Modell von einer geringeren Erwärmung ausging, als tatsächlich zu beobachten war. Es gibt auch sehr gute Übereinstimmungen. Und so wurde das für zahlreiche Parameter gemacht. Zusammenfassend kommt dann auch diese Studie zu folgenden Aussagen. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst. Können Sie auch parallel lesen. Also diese Metastudie, dieser Vergleich, diese Evaluation alter Modellrechnungen zeigt eine sehr, sehr gute Übereinstimmung mit der gemessenen Realität. Vor allem beeindruckend, das ist so dieser mittlere Absatz, selbst bei Modellrechnungen aus den 1970er Jahren, habe ich eine sehr gute Übereinstimmung, obwohl ich weniger Messdaten hatte, obwohl ich viel weniger Rechenkapazität hatte, als in den aktuellen Modellen. Sodass man eigentlich allen Kritikern entgegenhalten kann, naja, die vergangenen Modellrechnungen passen ganz gut mit den tatsächlich dann gemessenen Werten. Und jetzt zu zweifeln, dass auf einmal aktuelle Modellrechnungen, die ja eigentlich immer komplexer werden und auch immer genauer werden müssten, theoretisch, rundlegend daneben liegen, finde ich sehr abwegig, ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz ist es manchmal etwas schwierig, mit solchen Fakten sozusagen den Irrglauben beiseite zu schieben, dass das normale Wetterveränderung ist, die wir jetzt feststellen und eben nicht menschengemachter Klimawandel. Was heißt das jetzt aber für uns? Wie kriegen wir jetzt die Kurve letzten Endes zum Bauwesen? Naja, wenn ich feststelle, es gibt einen Klimawandel. Der Klimawandel ist maßgeblich verursacht durch Treibhausgase als einen Indikator CO2. Aber es gibt noch weitere Treibhausgase, die jeweils umgerechnet werden. Das ist beschrieben in Ihrem Arbeitsheft in CO2-Äquivalente. Dann ist es eigentlich relativ naheliegend, dass ich an dieser Stellschraube drehen muss. Ich muss also den globalen CO2-Ausstoß reduzieren, wieder zurückfahren. Und das muss jedes Land, muss jeder Mensch letzten Endes tun. Vielleicht hilft da auch die Corona-Krise im Moment ganz gut. Auch da gibt es ja den Zusammenhang, dass jeder Einzelne von uns eigentlich ein unendlich kleines Teilchen nur ist in der momentanen Situation und es nur etwas bringt, wenn wir als Kollektiv zusammenarbeiten und in eine Richtung marschieren. Dann können wir tatsächlich so etwas wie die Virusausbreitung abdämpfen. Das hängt aber letzten Endes davon ab, dass wir alle etwas tun. Und die Klimakrise ist letzten Endes nichts anderes. Auch da kann jeder Einzelne von uns, das Verhalten ist nahezu egal, aber nur wenn wir insgesamt etwas tun, haben wir eine Chance. Das heißt, gucken wir uns das mal an, anhand des neuesten Energieflussbildes für die Bundesrepublik Deutschland. Was sehen Sie hier? Sie sehen quasi auf der linken Seite, wie viel Energie, Primärenergie, ins System Deutschland hineinkommt. Dargestellt in Petajoule. Unglaublich große Zahl. Und jetzt sehen wir hier oben verschiedene Verluste. Wir sehen hier verschiedene Verbraucher oder Sektoren, Energiesektoren. Und man kann sehen, wenn ich mich jetzt auf diese Energiesektoren erstmal konzentriere, kann ich erkennen, okay, die Industrie hat diesen Anteil, der Verkehr hat diesen Anteil, die Haushalte, die privaten Haushalte, insgesamt diesen Anteil, Gewerbehandel, Dienstleistungen, diesen Anteil. Und man kann dann letzten Endes auch feststellen, naja, dass eigentlich diese drei Sektoren, Haushalte, Verkehr und Industrie in etwa gleich groß sind und Gewerbehandel, Dienstleistungen etwas demgegenüber abfallen. Gleichzeitig sollte man noch einen weiteren Punkt nicht aus dem Auge verlieren. Das sind diese Umwandlungsverluste, die Sie da sehen. Das heißt, alle Umwandlungsprozesse von Energie, von großen Kraftwerken, da wird Energie umgewandelt, Strom wird transportiert, als Beispiel, in großen Netzen, in kleinen Netzen, überall wird Energie umgewandelt. Da entstehen Verluste. Und diese Verluste sind, wenn man das mal vergleicht, zum Thema Energie, naja, genauso groß. Auch da ist ein Hebel, zu sagen, ich versuche, die Energieumwandlungsverluste zu reduzieren. Zum Beispiel reduziere ich erstmal die Verluste dadurch, dass ich eine dezentralere Energieerzeugung vornehme. Als Beispiel dazu ist Photovoltaik auf dem Dach. Andererseits muss ich mir natürlich auch die Effizienz dieser dezentralen Systeme anschauen. Dazu werden wir dann später in der Lernphase F kommen, wenn wir über Gebäudetechnik sprechen. Auch da werden wir uns dezentrale Systeme im Vergleich zu zentralen Wärmeversorgungssystemen anschauen. Man sieht aber erstmal an diesem Bild hier, die Haushalte, und da steckt natürlich auch Wärme drin, das gucken wir uns gleich an, spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, den Gesamtenergiebedarf erstmal runterzuschrauben, weil eins ist auch klar, auch das zeigen einige Studien, den momentanen Energiebedarf kann ich nicht regenerativ decken. Also ich muss zwei Dinge tun. Ich muss zum einen den Energiebedarf runterdrücken und den dann möglichst regenerativ decken. Also Haushalte spielen eine wesentliche Rolle. Der Verkehr spielt eine genauso wesentliche Rolle und die Industrie auch. Wenn wir uns jetzt aber mal auf, und wir beschäftigen uns ja mit Gebäuden, die Haushalte erstmal anschauen, dann gibt es auch da eine interessante Darstellung des Umweltbundesamtes. Da wird nämlich untersucht, Anteil der Anwendungsbereiche am Endenergieverbrauch privater Haushalte 2008 und 2017. Also wie viel Energie wurde in den Haushalten für was aufgewendet? Und zwar innerhalb von allen Haushalten, egal ob sie im Neubaubereich sind oder im Bestandsgebäude. Wenn wir uns das anschauen, dann ist ganz klar dominierend ein Bereich in den privaten Haushalten, das ist die Raumwärme. Das hat sich etwas reduziert, aber nicht wirklich signifikant. Das heißt, 70 Prozent circa der gesamten Energieaufwendungen im privaten Haushalt wird für Raumwärme ausgegeben, sozusagen. Das heißt, das Zentrale, das wichtigste Thema, um den Energiebedarf in den privaten Haushalten zu senken, besteht darin, den Anteil der Raumwärme zu reduzieren. Weil es nämlich, wenn ich mir jetzt den zweitwichtigsten Bereich anschaue, das ist das Warmwasser, 13 Prozent, 15 Prozent, das hat einfach einen kleineren Hebel. Wenn ich es schaffe, das gesamte Warmwasser regenerativ zu erzeugen, habe ich 13, 15 Prozent in der Hand. Wenn ich es schaffe, den Anteil der Raumwärme von 70 Prozent zu reduzieren, auf die Hälfte zum Beispiel, dann habe ich in absoluten Zahlen, rede ich von 30 Prozentpunkten, die ich da reduzieren kann, ein Drittel. Und dazu kommt noch, ich kann durch Verhaltensänderungen den Anteil der Raumwärme drücken, indem sie weniger heizen, auch darüber werden wir sprechen, und ich kann baulich was tun und ich kann anlagentechnisch was tun. Das heißt, ich habe unglaublich viele Ansätze, den Anteil der Raumwärme am Gesamtenergiebedarf von privaten Haushalten zu drücken oder zu senken. Und deswegen ist das so wichtig. Gucken wir uns das Ganze noch mal an. Was haben wir hier besprochen als Zusammenfassung? Warum ist es wichtig, dass wir uns mit energieeffizienten Gebäuden beschäftigen? Weil Gebäude, wenn ich jetzt rechts anfange, einen großen Anteil haben am Gesamtenergiebedarf Deutschlands und da maßgeblicher Treiber die Raumwärme. Warum muss ich es reduzieren? Ich muss es reduzieren, um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Und das muss ich an zwei Schrauben machen. Ich muss den Energiebedarf absenken und ich muss das, was übrig bleibt, regenerativ decken. Welche Auswirkungen das hat, zeigt sich in verschiedenen Studien. Dass Modellrechnungen stimmen, hat eine Metastudie letztes Jahr, finde ich, ganz eindrücklich gezeigt. Das soll der Rahmen sein für unser Modul im ersten Semester. Wärmeschutz, energieeffizientes Bauen, energieeffiziente Planung. Und wir werden dann im nächsten Teil darüber sprechen, wie Gebäude strukturiert sind, wie zum Beispiel auch der Gesetzgeber diese Erkenntnisse umwandelt in Gesetzgebung, in Normung. Das heißt, wir gucken uns im nächsten Video an die verschiedenen Verordnungen, Gesetze und Normen, die sich mit Wärmeschutz befassen, kurze Historie auch dazu, und schauen uns auch an, welche Pakete es sozusagen oder Energiestandards es gibt für Neubauten, die über den Gesetzgeber hinausgehen. Als Stichwort da, Energieeffizienzhäuser der KfW-Bank oder auch Passivhäuser. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Schauen Sie sich das Kapitel im Arbeitsheft an und wir sehen und hören uns bald wieder. Machen Sie es gut.